Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Kofas Live-Session. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen heute ein Thema vorstellen können, das zwar immer durch und anklingt, das wir aber noch nicht bislang näher erklärt haben. Und das sind unsere Kofas Wirtschaftsinformationen. Da fließen allerhand wichtige Infos von Beispielen unserem Economic Research und so weiter ein. Und wir möchten Ihnen heute gerne vorstellen, was es damit auf sich hat. Ich freue mich sehr, dass wir unsere Inhouse-Experten für dieses Webinar gewinnen konnten. Und ich begrüße heute Morgen ganz herzlich den Chef von unserer Info-Business-Line, Alexander Kraus, und unsere Produktexperten Thorsten Troch und Tim Fehlinger. Wir werden das Webinar relativ ähnlich aufsetzen, wie wir das normalerweise machen. Das heißt, Sie bekommen gleich einen Input und einen Vortrag von unseren Experten. Sie bekommen außerdem ein bisschen Einblicke in die Tools, die wir verwenden als Live-Demo. Und im Anschluss haben wir genug Zeit eingeplant, um auch Ihre persönlichen Fragen zu beantworten. Das funktioniert ganz einfach. Sie sehen im rechten Bildschirmbereich ein sogenanntes Panel. Da ist ein Menüpunkt, der nennt sich Fragen. Und da können Sie jederzeit auch jetzt schon Ihre Frage eben eingeben. Die landen dann bei mir. Und wenn der Vortrag beendet ist, dann werden wir diese Fragen beantworten. Sollten wir es nicht schaffen, jede Frage in der Eintrudel zu beantworten, weil die Zeit zu knapp wird, keine Sorge, dann melden wir uns bei Ihnen im Nachgang von der Veranstaltung. Und erfahrungsgemäß kommt eine Frage immer. Das ist die, ob die Veranstaltung jetzt aufgezeichnet wird und ob es die Präsentation im Nachgang gibt. In beiden Fällen kann ich sagen, ja, jeder, der sich jetzt hier angemeldet hat, kann die Informationen im Nachgang, bekommt er die zugeschickt und kann die dann in Ruhe nochmal eben nachlesen. Und damit Schluss der schönen Worte zum Anfang. Und ich übergebe an Alex Kraus. Ja, danke, Annette. Aber auch von mir. Ja, danke, Annette. Und auch von mir guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem Webinar mit Wirtschaftsauskünften, das Geschäft weiterentwickeln. Es freut mich sehr, dass Sie heute mit mehr als 280 Anmeldungen so zahlreich mit an Bord sind. Vielen Dank dafür, für das Vertrauen, was Sie in uns setzen und das Interesse an uns, unserer Dienstleistung bekommen. Wie Annette schon gesagt hat, wie bei all unseren Kofas Online-Sessions üblich, werden wir natürlich alle eingehenden Fragen beantworten. Es gibt keine dummen Fragen. Es ist alles erlaubt. Und wir werden versuchen, entweder am Ende der Veranstaltung die gleich online zu beantworten. Sollte die Zeit nicht reichen, werden wir das natürlich im Nachgang tun. Wir haben ja durch Ihre Anmeldung die Kontakte. Ja, scheuen Sie sich also nicht, uns mit Ihren Fragen zu löchern. Ja, Daten sind mittlerweile im Überfluss vorhanden. Die Frage stellt sich jedoch, was sind die richtigen Daten und wie aktuell und verlässlich sind denn diese Daten? Gerade während der Krise, wie die, die jetzt hoffentlich endlich bald zu Ende geht, hilft der reine Blick auf öffentlich verfügbare Geschäftsabschlüsse und Daten der Vergangenheit nicht wirklich. Sie kennen Kofas sicher von unserem Hauptgeschäftsfeld der Kreditversicherung? Oder haben Sie bereits von uns im Factoring gehört oder gar mit uns finanziert? Dürften wir für Sie bereits eine Wirtschaftsurkunde herauslegen oder eine überfällige Forderung im Inkasso bearbeiten? Ja, oder vielleicht nutzen Sie sogar schon Kofas Informationen bei Ihnen im Hause. Ja, was hat denn das alles mit Daten zu tun? Sehr viel, wie Sie gleich sehen. Selbstverständlich treffen wir unsere Entscheidungen in den vorweg genannten Geschäftsfeldern auf Basis einer Vielzahl von Daten. Schließlich gehen wir bei den meisten Transaktionen auch ins eigene Risiko. Bei Kreditentscheidungen in der Kreditversicherung, bei Limitvergaben bzw. Ankaufszusagen im Factoring, bei Bürgschaftszusagen im Bonding, bei der Steuerung und Bewertung von Beitreibungen im Inkasso, ja, oder last but not least natürlich auch in uns Informationprodukte. Wie Sie sehen, sind alle Produktbereiche bei uns im Hause eng miteinander verbunden und profitieren wechselseitig voneinander. Einmal als Nutzer der Information für die Basis der notwendigen Entscheidungen und andererseits als Lieferant aktuellster Zahlungs- und Zahlungsstörungsinformationen. Letztendlich ein sogenanntes Win-Win der einzelnen Produktspatten und miteinander eine starke Verbindung. Wir verfügen so über einen Datenschatz aus aktuellsten, aber auch historischen Daten, die wir selbst einsetzen, um ins Risiko gehen zu können oder auch unseren Kunden, Partnern und Interessenten losgelöst von den anderen Produkten zur Verfügung stellen im Rahmen unserer Informationsprodukte. Ja, um all die notwendigen Daten in der von uns gewünschten Qualität verfügbar und aktuell zu haben, verfügen wir als Kofas über ein internationales Informationsnetzwerk aus 47 Enhanced Information Centern. Hier sammeln wir Daten, hier reichern wir Daten an, analysieren die Daten und erstellen hochwertige Prognosen, große Bewertungen. In unseren 66 Underwriting-Centern treffen wir Limit- und Sicherungs- und Vectoring-Produkte, oft in Bereichen von mehreren Millionen Euro. Und in unseren drei Backoffice-Centern weltweit arbeiten wir die Daten, die Datenmengen ab. Ja, und last but not least, als Minimum-Daten haben wir circa 100 Information Service Provider an unserem Netzwerk online angebunden, um immer die notwendigen Daten in Echtzeit verfügbar machen zu können. Alex, wir haben hier, ich entschuldige, dass ich unterbreche, ich hoffe, es ist nur bei mir der Fall, aber wir haben so eine kleine Tonunterbrechung eben gehabt. Also ich denke, die Gesamt-Message ist rübergekommen, aber wir haben dich eben kurz nicht hören können. Also vielleicht, wenn du den letzten Satz einfach nochmal sicherheitshalber wiederholst, genug Zeit haben wir ja. Vielleicht liegt es auch an meiner Verbindung, aber damit wir sicher gehen, dass alle... Ah ja, ich kriege eben die Meldung, es haben auch Teilnehmer-Tonunterbrechungen. Also wenn du einfach gleich die letzten zwei Minuten nochmal wiederholst. Die letzten Minuten. Danke. Ja, dann springe ich einfach zurück und gehe mal rein bei dem Thema, für was wir die Daten bei uns im Hause verwenden. Also Kreditentscheidungen in der Kreditversicherung treffen, Limitvergaben und Ankaufszusagen im Factoring, Bürgschaftszusagen im Bonding rauszulegen, Inkasso-Verfahren zu steuern und zu bewerten und last but not least natürlich in unseren eigenen Informationsprodukten einbauen. Sie sehen, dass die Produktbereiche bei uns, ich springe nochmal zurück auf die Folie, eng miteinander verwoben sind. Wir haben an der einen Seite profitieren natürlich die einzelnen Produktsparten von den verfügbaren Informationen. Auf der anderen Seite liefern auch die einzelnen Produktsparten wichtige Informationen ein, wie Zahlungsinformationen und Zahlungsstörungsmeldungen, die natürlich ein aktuellstes Grad an Informationslage herstellen können. Wir verfügen über einen Datenschatz somit aus aktuellsten, aber auch historischen Daten, die wir auch für Backtesting-Verfahren verwenden. und diese Daten setzen wir für unsere Produkte selbst ein, um ins eigene Risiko zu gehen. Das heißt, der kritischste Nutzer der Daten ist natürlich die Versicherung selbst, der Factorer selbst, weil alles, was hier schiefgehen würde, würde zu einem Schaden führen. Und natürlich stellen wir diese Daten im Rahmen unserer Informationsprodukte auch unseren Kunden, Partnern und Interessenten zu verfügen. Um all die notwendigen Daten in der notwendigen Qualität und in unserer Vorstellung zur Verfügung zu haben, verfügen wir über ein internationales Netzwerk für Information von 47 sogenannten Enhanced Information Centers. Hier sammeln wir Daten, hier reichern wir Daten an, wir analysieren die Daten und führen eine hochwertige Bewertung, eine Prognosebewertung durch. Diese wird unseren 66 Underwriting-Centern zur Verfügung gestellt. In den Underwriting-Centern treffen wir die Kreditentscheidungen, also die Deckungszusagen im Rahmen unserer Risikoprodukte, KV-Factoring-Bonding. Und darüber hinaus, um die ganze Flut, die Menge an Daten professionell und schnell abarbeiten zu können, können verfügen über drei Back-Office-Centern verteilt über den Globus, sowie 100 oder knapp 100 angeschlossene Information Service Provider, die uns die Minimumdaten für unsere Arbeit zur Verfügung stellen. In Summe können wir sagen, Tag für Tag circa 600 Menschen bei Kofas kümmern sich um Sammeln, Strukturieren und Analysieren von Daten. Wo genau wir als Kofas uns dabei von den üblichen Marktteilnehmern wie Auskunftteilen abheben und wie Sie unsere Produkte und Daten einsetzen können, werden Ihnen meine Kollegen, der Thorsten Troch und der Tim Fehlinger, jetzt vorstellen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß, gute Informationen und vorher frei für Fragen über den Chat. Und nochmal Entschuldigung für die Verständnisprobleme. Thorsten, it's your turn. Vielen Dank, liebe Alex. Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Thorsten Troch. Ich bin seit 1.9.2020 als Head of Business Development for Business Information in Nordeuropa bei der Kofas an Bord. Sprich, ich habe letztendlich überall meine Finger im Spiel, wenn es darum geht, neue Use Cases, Ideen, Kooperationen zu entdecken und treibe zusammen mit den Kollegen den Ausbau unserer Services auf diversen Feldern voran. Letztlich hat mich mein Weg zu Kofas geführt, da ich bemerkte, wie sich Kofas augenscheinlich verändert, insbesondere im Infobereich, wie wir ihn hier nennen. Und die Gespräche, die Kofas Business Informations Story und natürlich die Alleinstellungsmerkmale haben mich überzeugt und nun bin ich an Bord. Warum erzähle ich das? Vielen ist immer noch unbekannt, was sich genau hinter Kofas Business Information versteckt, was wir am Markt vorhaben und wie unsere Story aussieht. Wir starten am besten mit einem Vergleich zwischen klassischer Auskunft und unserem Ansatz. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt die üblichen Quellen, die für Wirtschaftsauskünfte herangezogen werden. Stichwort Handelsregister, Insolvenzregister, Bundesanzeiger, alles das, was Sie kennen. Alle Nutzer von Wirtschaftsauskünften und ich bin mir sicher, da sind einige von Ihnen unter unseren Teilnehmern heute, wissen um die Kernfrage, die sich immer alle User stellen, wie aktuell und damit aussagekräftig sind diese Informationen. Und genau hier setzen wir mit unseren globalen Quellen aus vier Business Lines an. Für alle, die es nicht wissen oder eben nicht aufgepasst haben, vier Business Lines heißt bei der Kofas Kreditversicherung, Factoring, Inkasso und Information. Jetzt sehen Sie auf der rechten Seite unseren globalen Datenplatz, den wir auf dem Weg zu unseren Scores und Limiten verarbeiten. Ganz oben Kofas Business Informations Product, Kofas Opinions und DRAs spielen jetzt und später dabei die Kernrolle. Diese ganzen Faktoren packen wir, die Sie jetzt auf der rechten Seite in den hellblauen Kästchen sehen, packen wir on top zu dem, was wir aus dem Partnernetzwerk beziehen und das sind unsere globalen eigenen Datenschätze, zum Beispiel das Underwriter Rating. 600 Analysten, Alex sagt das gerade, sind tagtäglich dabei, Entscheidungen zu treffen, täglich tausendfach, übers Jahr millionenfach gesehen. Wir arbeiten somit dicht am Risiko und sammeln nicht nur Daten. Wir haben globale Inkasso-Daten. Wir sind weltweit das größte Inkasso-Netzwerk. Wir sind in über 100 Ländern vertreten. Wir betreiben also für über 1,4 Milliarden Euro jährlich das Forderungsmanagement. Wir verfügen über eine globale Schadenexpertise, das heißt Claims, die verarbeitet werden. Das ganze Regelwerk aus der Kreditversicherung ist vielen von Ihnen sicherlich bekannt. Hier verwenden wir die Meldung von Zahlungsstörungen oder die Dateneinlieferungen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind oder die Obliegenheitsverpflichtung, um unser Scoring und unsere Limite scharf zu stellen. Globale Zahlungserfahrungen. Wir haben eine Payment-Expertise nicht aus einem Zahlungseinlieferungspool, sondern aus unterschiedlichsten Einlieferungsquellen und Top. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Factoring ist zum Beispiel auch ein Thema, wo wir einfach viele Portfolios drehen, so würde ich sagen, und daraus Erkenntnisse gewinnen, die wir dann auf dem Weg zum DRA verarbeiten können. Dann Ihnen auch bekannt, sicherlich das Kofas-Länder-Rating. Das spielt auch noch eine ganz große Rolle, denn dahinter verstecken sich, das sehen Sie auf der nächsten Seite, 16 Subscores, sogenannte makroökonomische Informationen, Business-Klima-Informationen, politische Klimadaten, Daten, die unsere Volkswirte global ermitteln und damit ermitteln die Kollegen dann die Länder-Ratings, über die wir dann gesonderte Veranstaltungen betreiben. Auf der nächsten Seite erfahren wir da auch noch mehr. Letztendlich findet gar nicht alles auf dieser Seite Platz und da Sie die Präsentation behalten, können Sie dann auch später sich noch mal inhaltlich gerne damit beschäftigen und auf uns zukommen und mehr erfahren, bis zu unserem Aktuar der Verrückt-Fragen sicherlich auch mal zur Verfügung ständen. Zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall sagen, dass wir selber nutzen, was wir verkaufen. Wir haften sogar im Rahmen der Kreditversicherung dafür. Das ist ansonsten, das Thema Haftung, nicht so populär. Es sind weltweite und einzigartige Daten aus vier Businesslines. Kofas stellt dem Markt sozusagen die eigenen Werkzeuge zur Verfügung, ohne dass Sie jetzt einen Kreditversicherungsvertrag haben müssen. Und damit stellen wir eine hervorragende Ausfallwahrscheinlichkeit, da wir eben aufgrund der Basis dieser Datenrechts früher Negativtrends voraussehen. Und das Ganze eben, Sie sehen es hier, in 195 Ländern inklusive Monitoring und Historie. Also das ist eine sehr gute Abdeckung. Wie sieht das Ganze auf Produktebene aus oder was können Sie erwarten? Die Klassiker, wonach der Markt verlangt und die so üblich sind, heißen bei uns Snapshot, Report und Full Report. Ich will nicht auf die einzelnen Bestandteile eingehen, die sind relativ ähnlich. Das sind Daten, die stammen aus dem Netzwerk, die finden ihren Weg in einen einheitlichen Report, in ein einheitliches Layout, auch weltweit. Was wir an der Stelle machen, Sie sehen es rot angeführt, wir packen unsere Kofas Adjustments on top. Das heißt, wir haben bereits Erfahrungen, die wir in diesen Partner-Reports visualisieren und auf, ich sag salott, aufpimpen. Denn Sie haben dann einmal einen Partner, eine Partnermeinung und unsere eigene Meinung und die kann durchaus mal abweichen, weil wir eben mehr Daten haben. Das ist also das erste Plü, mit dem Sie innerhalb dieser Reports arbeiten können. Herr Fehringer wird auf die Inhalte und auf unsere Plattform später noch gezielter eingehen. Ich sprach eben von den gesamten Subscores. Es ist, glaube ich, mittlerweile 16, die sich hinter diesem Blender-Rating verbergen und diese Subscores selber helfen uns dazu, den Weg zu dem Draht, zu dem CCO effektiv zu gestalten. Sie sehen, die Daten finden fast kaum alle zusammen auf einer Folie Platz, soll aber verdeutlichen, welche Daten zum Schluss in unsere Zugpferde DRA, Depters Risk Assessment, CCO, Customized Credit Opinion und das jetzige und zukünftig Advanced Opinion, also in unsere Scores und Limits fließen. Basis ist immer ein Full Report und dann die Daten, die ich eben schon im Rahmen dieser Pyramide dieses Hauses aufgeführt habe, fließen dann in einen Score, der sich zwischen 0 und 10 bewegt oder in ein Limit, das Sie jetzt in neuen Reports auf unserer neuen Icon-Plattform abrufen können. Use Cases, um das etwas deutlicher, na gut, die Internationalität, die habe ich hier noch unter den Tisch fallen lassen, aber wir möchten gerne nochmal betonen, dass wir mit diesen vier Business Lines und eben aus 50.000 Kundenbeziehungen, über 100 Niederlassungen, über 60 Underwriting-Abteilungen und die von Herrn Kaus erwähnten, von Alex erwähnten, EICs, Enhanced Information Centers, unsere Scores, Limiter und Reports bauen, Indexe, Dashboards, es gibt mehr als das, was wir Ihnen jetzt hier auf der Plattform zeigen und das eben weltweit mit Historie und Monitoring. Use Cases, Anwendungsfälle, die Praxis, neue Tools, Icon habe ich gesagt, ist unsere neue Plattform, die neue Heimat unserer Scores und Reports, aber wir werden nicht nur darüber unsere Daten zukünftig an den Markt geben, was sicherlich auch schon mal eine Neuheit ist als separate Plattform, sondern auch über globale Partner, die können sich in den Rang der Klassiker der Branche bewegen, das heißt einmal Credit Risk Management oder ERP-Systeme, CRM-Systeme, dann haben wir Supplier Risk Management, Procurement Plattform, Rating Agenturen, die mit uns zusammenarbeiten, bis hin zu Rating Modellen, die man gemeinsam entwickelt oder eben die allein auf unsere Daten abstellenden Anwendungsfälle sozusagen, das heißt Klassiker Neugeschäft, wir sagen, Sie können im Onboarding allein schon unsere Snapshots, die kurzen Reports mit den zusätzlichen Kofas-Anmerkungen Gewinnbringend nutzen oder eben gleich auf den DRA setzen. Im Bestandsgeschäft eine zentrale Funktion des Step-to-Risk-Assessment des DRAs ist ein globales Monitoring in 195 Ländern. Ähnlich ist es bei unseren Limiten und bei den Opinions. Möchten Sie untypisch für Kunden, zumindest früher bei der Kofas, im Supply Management, Supplier Management, die Daten die Daten benutzen, steht ja auch nichts im Wege. Wir haben große Automobilzulieferer und Automobilfirmen, die weltweit ihr globales Monitoring nur mit dem DRA betreiben, um dann ihre Handlungsalternativen daraus abzuleiten. Sie können natürlich im Rahmen ihrer generellen Policy, wenn Sie Kunde der Kofas sind, die Daten mit einbinden, insbesondere den DRA und haben dann so eine Art Single Point of Contact Prinzip. Sie haben Portfolioüberwachungsmöglichkeiten, indem wir Ihnen ein zusätzliches an die Hand geben. Das findet heute auf unserer Website-Anwendung. Es ist ein Portfolio Insights, nennt sich dies. Es ist ein separates Überwachungstool, wo wir verschiedene Ratings nebeneinander stellen. Kommen wir später vielleicht noch drauf. Wir machen, also wir betreiben insbesondere Business Development, sind wir auf der Suche nach individuellen Ansätzen. Ich sprach eben schon von ERP-Integration. Unsere Akin IPI entspricht den modernsten Standards und kann ohne weiteres über unsere Website eingesehen werden angedockt werden. Wir kümmern uns jetzt um Data-Health-Check-Themen. Sie haben eine Anfrage aus dem Vertrieb, wie Sie bestimmte Daten verwenden wollen. Die können wir lösen mit unserer Kern-Datenbank. Wir können Info- und Inkasso-Kombi-Pakete auf die Beine stellen und zum Schluss natürlich auch verschiedene Plattformen und Dashboards damit befüllen. Und das Fragezeichen steht dann letztendlich auch für Ihren Ansatz, den Sie mit uns fahren wollen und zum Schluss soll tatsächlich das Bild bei Ihnen haften bleiben, wie Kofas Business Information in allen Bereichen Ihres Wirkens und das nicht nur im Bereich Debitorenmanagement, sondern im Prinzip in allen Bereichen des Wirtschaftens Mehrwerteschaft, die Sie anderen Orts vermissen. Auf der Kofas Business Development Roadmap stehen noch eine ganze Menge andere Dinge. Dazu kommen wir später einmal oder gerne im individuellen Gespräch. Und an der Stelle danke ich schon erstmal für die Aufmerksamkeit. Herr Tim Fehlinger nimmt Sie nun mit auf einen Gang durch die Heimat unserer Scores, Limiter und Reports. Das ist unsere Icon-Plattform. Da überhebe ich gern den Staffelstab an dich, Tim. Your turn. Ja, vielen Dank, Thorsten, und guten Morgen in die Runde. Und auch, dass alle hier heute zahlreich erschienen sind, virtuell. Ich tauche jetzt gerne mit Ihnen in die neue Informationsplattformen gemeinsam ein, dass wir uns einfach mal die Produkte anschauen und würde einfach schauen, dass wir jetzt hier in der Hoffnung alle den Bildschirm sehen. Moment. So, genau. Hier willkommen in der neuen Icon-Welt bei Kofas Insights for Trade, die wir frisch gelauncht haben. zu Beginn des Jahres im neuen Look and Feel entstanden ist, die relativ einfach aber auch zur Verfügung ist und zu handeln ist. Ich möchte jetzt an der Stelle auch mit Ihnen einfach mal in die Produktwelt eintauchen, ein bisschen tiefer auf unserer Icon-Plattform. Wir haben schon über viele einzelne Produkte gesprochen. Wichtig ist aber natürlich auch das Look and Feel des einzelnen Produktes und an der Stelle einfach mal zuerst auch so für das Thema mit den Use Cases im Vertrieb einen klassischen Business Report sich anzuschauen in Form einer Kurz- und einer Vollauskunft, die ich gerne öffne für Sie und einfach mal in die virtuellen Raum schmeiße, um einfach dort einfach mal durchzugehen, wie das ganz aussieht, in verschiedenen Sprachen verfügbar und welche Gimmicks wir Ihnen hier mit den Auskünften an die Hand geben. Ein Snapshot Report in der Regel zwei bis vier Seiten lang relativ einfach und strukturiert gehalten, globales Look and Feel über alle Bereiche, hat standardisierte Informationen zu einem Risiko und eine sogenannte Summary Box in dem Moment, wo wir über Informationen oder kompakt die Informationen entsprechend darstellen, mit einer Quick Rate zum Beispiel, hier ein Ampelmodell, eine Einschätzung des Informationsdienstleisters und die sogenannte Co-Fast Adjustment, die der Herr Troch und der Herr Kraus auch schon angesprochen haben, mit der wir unsere Expertise entsprechend mit hineinliefern. Weitere Informationen, strukturierte Daten, klassisch für den ersten Health Check im Vertrieb über ein Unternehmen, haben Sie hier noch weitere detaillierte Informationen, auch Financial Information über ein Risiko. Das hier als erste Möglichkeit, als Option, die wir anbieten und eine Extended Version, ein sogenannter Full Report, ist natürlich bei uns auch verfügbar, den wir auch uns einfach gemeinsam mal anschauen an der Stelle, der einfach noch detailliertere Informationen enthält, um einfach ein vollständiges Bild über ein Risiko zu bekommen in der permanenten Überwachung beziehungsweise in der kompletten Kundenbeziehung. Hier hat man natürlich auch eine strukturierte Daten in dem Moment, auch die Summary, die wieder interaktiv gestaltet ist, was bedeutet, dass wenn ich dort draufklicke, entsprechend dorthin navigiert wäre und habe hier eine detaillierte Skala von 0 bis 10 entsprechend, die mir die Risikoeinschätzung über ein Unternehmen, sowohl debitorisch als auch kreditorisch an der Stelle liefert. Was auch ganz, ganz wichtig ist, hier erhalten Sie einen Rundumblick zu einem Unternehmen, weitere historische Daten in Form von Gründungsinformationen, die mit enthalten sind, Management-Informationen, bis hin zu ganz vielen Detailinformationen und natürlich die wichtigste und ich sage mal Kerninformationen natürlich auch mit dazu, die sogenannten oder die klassischen Financials, die man am Ende des Tages hier sieht, die aus Public Sources stammen und entsprechend abgesaugt werden und hier in ein weltweit einheitliches Look-In-Feel gebracht werden. Und hier schöne Trends auch im Vergleich zu der Veränderung in den Vorjahren, Man hat dort Informationen über Gewinn und Verlust zu einem Risiko, zu einem Unternehmen hier und kann dort natürlich auch entsprechend dadurch, dass wir auch Kennzahlen berechnen, sogenannte Ratios, auch Ableitungen vornehmen. Und so ist das Ganze aufgebaut, die Möglichkeit, auch an der einen anderen Stelle auch schon gesagt, dass wir sowohl für Kurzauskünfte, den Snapshot Report, als auch den Full Report, entsprechend Monitoring-Lösungen anbieten. Jetzt haben wir über den Bereich der Auskünfte gesprochen, als weitere Optionen, die wir mit anbieten, hier an der Stelle, ich gehe gerade zurück, um da auch ein Stück reinzumieren, die sogenannte Score-Familie in Form des DAA, Step-to-Risk-Assessment, ein wunderbares Instrument zum, ich sage mal, zur Steuerung des Supply-Chain-Risk-Management, wirklich dort praktisch die Lieferantenketten zu überwachen und wo dort unsere ganze Expertise, das komplette Know-how aus der Kreditversicherung und allen anderen Business-Lines entsprechend mit einfließt, das natürlich hier auch kurze und knappe Informationen darstellt, eine Ausfallwahrscheinlichkeit, eine Skala von 0 bis 10 und natürlich auch ganz, ganz wichtig, einen historischen Verlauf, das heißt, wie hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren entsprechend verändert, gab es einen positiven Trend, einen negativen Trend und so stellen wir kurze, knappe Informationen auch für den Einkauf am Ende des Tages dar. Natürlich gibt es hier auch entsprechende detaillierte Informationen zu einem Risiko, aber mit dieser Option, dem sogenannten Score, den es als Check- oder auch im Monitoring-Verfahren gibt, weltweit verfügbar, die Möglichkeit, die Risiken zu monitoren. Genau, wenn wir aus der Welt der Scores etwas weiter weitergehen in die sogenannten Opinions aus unserem Hause, die wir ebenfalls für diverse Use-Cases wie zum Beispiel natürlich auch das Monitoring von Kunden oder Quick-Checks mit anbieten, gibt es hier die sogenannten Credit Opinions, die wir in zwei Arten und Weisen anbieten, eine sogenannte Add Credit Opinion, die eine automatische Entscheidung bis 100.000 Euro entsprechend aus unserem Kreditversicherungstopf entsprechend liefern und einmal eine sogenannte Advanced Opinion, die entsprechend eine maximale Kreditempfehlung bis zu einer Million Euro am Ende des Tages auf ein Risiko mit transportieren. Und wie schauen die beiden Produkte an sich aus? Schauen wir uns natürlich auch gerne an, wie ein Beispiel hier aussieht in der Credit Opinion. So sieht das Ganze aus. Man hat den Firmennamen hier dargestellt. Man hat hier eine entsprechende Empfehlung auch bis zu 100.000 Euro. Man hat inkludiert den DAA als Information, als Basis, weil wichtig ist auch an der Stelle die Entscheidung hier fußen auf unserem Depter Risk Assessment. Inkludiert auch sogenannte Country Risk Assessment, Risikoeinschätzung der Länder. Der Herr Troch hat es an der einen oder anderen Stelle auch schon erklärt mit den ganzen Subscores, mikro- und makroökonomischen Faktoren, die hier in dem Country Risk Assessment mit entsprechend integriert sind und wir ihnen ebenfalls mit an die Hand geben als Inhalt im Produkt. Natürlich auch Company Details ein wichtiger Punkt, auch hier einfach um zur Verifikation, Identifikation ihres Risikos, dass am Ende des Tages hier auch alles passt. Jetzt gehen wir raus aus dem Bereich des kleineren Segments von 100.000 in das größere Segment auch in dem Bereich bis zu eine Million Euro. Die sogenannte Advanced Opinion, ein neues Produkt aus unserem Hause im Zuge mit dem Launch der Icon Plattform, das natürlich auch gewisse und werthaltige Informationen mit transportiert und wenn wir uns das entsprechend anschauen, dann sieht man hier, man hat hier oben auch wieder die entsprechenden Informationen über das Unternehmen, die Kofas Höchstkreditempfehlung in diesem Moment hier gepaart, auch die Basis entsprechend dafür das DRAs, auch genauso das Country Risk Assessment hier wieder mit dargestellt und wichtig, sogenannte Comments dazu. Das heißt, auch Sie kriegen dort entsprechende Informationen zur Entscheidung durch uns mit an die Hand geliefert, um hier auch nachzuvollziehen, was die WB-Gründe für diese Entscheidung durch uns ist. Auch hier natürlich die entsprechenden Erklärungen dazu mit Customer Details, also Company Details, um einfach hier auch die Verifikation und Identifikation vorzunehmen. Dann natürlich auch ein ganz, ganz ganz sicher, wie funktioniert denn das Online-System? Das Online-System funktioniert relativ simpel eigentlich. Über unsere Information.cofas.seite generell verfügbar. Sie haben dort eine Frontpage, eine erste freie Seite, in dem Sie entsprechende Samples sich anschauen können und können dort auch eine kostenlose Firmensuche durchführen. Diese kostenlose Firmensuche ist hier auch entsprechend dargestellt. Das heißt, man kann hier einfach einen Firmennamen eingeben, also mal zum Beispiel Kofas Finanz, die suche ich mir jetzt in Deutschland, suche das Land und klicke auf die Suche und habe dann im Suchprozess, der relativ schnell ist auch, sofort eine Trefferliste mit, in dem Beispiel jetzt fünf gefundenen Unternehmen und wenn ich nach unten scrolle, sehe ich hier entsprechende Daten schon vorab. Das heißt, ich sehe hier an der Stelle auch und kann schon verifizieren, identifizieren meines Risikos, passt das über die Steuernummer, über die Handelsregisternummer und sehe auch, welche Informationen entsprechend in der Auskunft mit verfügbar sind, die wir uns angeschaut haben beim Snapshot Report und beim Full Report und kann dann hier unten über den Bereich der verfügbaren Produkte entsprechend das eine oder andere das gewünschte Produkt ansteuern, kann entsprechend eine Anfrage starten, eine Kurzauskunft mit oder ohne Überwachung oder als Standalone genauso im Bereich der Scores und der Credit Opinions Anfragen. Da haben wir alle möglichen Produkte einfach zur Verfügung. Und sobald ich zum Beispiel wichtig in der Trefferliste auch natürlich hier etwas spiele, kann ich natürlich auf der rechten Seite die entsprechenden Daten angepasst und das heißt, in Echtzeit sozusagen verändern sich die Daten zu dem ausgewählten Unternehmen und ich kann auch hier wieder entsprechend verifizieren und prüfen, ob sich hier um mein Risiko handelt. Neben der klassischen Suche nach dem Firmennamen ist natürlich auch nach Identitationsnummern möglich, was bedeutet, Sie können natürlich auch ganz einfach hier über nationale Identifiers wie in Deutschland zum Beispiel der Watt-ID oder der Handelsregister Nummer suchen, genauso auch die Easy-Nummer, die ist im einen oder anderen hier im Austausch, im Dialog bekannt, das ist unsere Unique Identifier, mit dem wir jedem Risiko zuordnen und ist natürlich auch möglich hier an der Stelle. Und so ist das Online-System relativ einfach und überschaubar aufgebaut, alle haben Zugriff auf das Portal als Partner in unserem Hause und können wechselseitig Informationen sich anschauen. Es gibt über die Monitoring-Funktion die Option, sich auch die ganzen Daten bei Veränderungen per E-Mail zuschicken zu lassen, dort aber auch parallel im Online-System sich anzuschauen. Sie haben Export-Funktionen natürlich auch und können hier entsprechend auch sich durch das System navigieren. Und dann, was noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil ich sage mal, wir leben in der digitalen Welt heute, sind ja heute auch online alle zusammengeschaltet, deswegen das Thema API-Lösung, der Herr Troch hat es auch schon angesprochen, dass wir natürlich auch mit dieser neuen Oberfläche, mit den neuen Produkten, mit den neuen Lösungen hier natürlich auch State of the Art sein wollen und auch sind, das heißt, über unsere API-Lösungen von Kufas ist eine automatische Anbindung in Ihr eigenes System, ob das ein CRM-System ist, ein ERP-System ist oder ein SRM-System ist, unkompliziert möglich, Sie können dort wirklich in Ihrem System oder die Anbindung in Ihrem System dann am Ende des Tages alles tätigen, Transaktionen anstoßen, Sie bekommen Veränderungen in Ihr System transportiert können dort auch die entsprechenden Anfragen beenden, können parametrisieren oder customisen, welche Daten entsprechend geliefert werden sollen, in welchem Format, ob das ein XML-Format sein soll, JSON, HTML, PDF oder beides gleichzeitig, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und Spielereien, die anwendbar sind und das Ganze ist hier auch natürlich von unserer Seite auch nochmal unterstützt über sogenannte Playgrounds und Dokumentationen, die wir zur Verfügung stellen, das heißt, hier können natürlich auch über den sogenannten Swagger sich einzelne Parametrisierungen angeschaut werden, Produkttests gemacht werden, in der Produktionsumgebung, in der Testumgebung und so gibt es hier ganz, ganz viele Möglichkeiten und Ideen, wie man das Ganze anbinden kann und hier ist natürlich auch die Dokumentation dazu und die einzelnen Testszenarien, die wir entsprechend immer auch mit an die Hand geben, um einfach diese einmal durchzupingen, dass sozusagen der vollständige Transport aus unserem System in ihr eigenes System und umgekehrt einfach stattfindet und entsprechend dort natürlich auch die Daten ankommen. Das heißt, Sie sehen hier, auch hier haben wir einen großen Schritt gemacht, wirklich mit der Anbindung und können dort wirklich in alle Systeme integrieren und sind mittlerweile auch an der Stelle State of Sea. Und zu Letzt würde ich jetzt nochmal auf eine weitere Alternative, eine weitere Möglichkeit mit Ihnen schauen und zwar, der Herr Troch hat es auch schon angesprochen und zwar ist das das Thema Portfolio Insight, Portfolio Management. Wenn wir zurückgehen hier auf die Produkte, das sogenannte Portfolio Management, dann haben wir uns als Cofas auch eine Lösung überlegt, ein Portfolio Management Tool, mit dem man einen ersten oder mit dem man einen kompletten Dashboard Blick hat auf sein komplettes Risikoportfolio und entsprechende Daten sich anschauen kann. Schauen wir uns hier einfach das Beispiel mal an und wie sowas aussieht und sieht hier an der Stelle über Portfolio Insights dass ein Executive Dashboard wirklich Zusammenfassung über das Risikoportfolio dann die Risikoeinschätzung an sich mit Ausfall Wahrscheinlichkeiten und mit entsprechenden auch Länderbewertungen Sektor Bewertungen und World Maps wo die einzelnen Risikopunkte an der Stelle sind Genau das ist sozusagen als Option noch verfügbar und dann wäre ich sozusagen tatsächlich durch und würde mich freuen das hört man mich noch Ja wir hören dich denn Okay ich hatte gerade technische Probleme hat alles gesponnen Oh weh es hat hoffentlich keiner bemerkt ich jedenfalls nicht und hoffe unsere Zuhörer und Zuschauer auch nicht ich würde jetzt dann die Fragerunde eröffnen sind auch schon etliche Fragen eingetrudelt bei uns und den Alex und den Thorsten auch nochmal direkt dazu bitten und dann gehen wir jetzt einfach mal alle Fragen durch vielleicht die aller einfachste oder schnellst zu beantwort Frage zuerst sind die Berichte auch auf Englisch verfügbar und abgussbar ja lässt sich ganz einfach werden ja dann haben wir ein paar weitere Fragen die auch in die technische Richtung gehen also zum Beispiel ein bisschen ich muss hier ausrollen und habe auch gerade eine leichte Verzögerung drin ging es um das Stichwort Debit Text ist eine Anbindung an Debit Text auch schon technisch möglich wenn ja kann sich das Financial Template aus den Daten des Profas Reports automatisch befüllen falls noch keine Anbindung an Debit Text möglich ist bis wann ist die Umsetzung geplant Genau also wir sprechen mit allen relevanten Marktteilnehmern SRS Debit Text gehört auch dazu natürlich bestehen auch schon Verbindungen aus der Warenkreditversicherung und aus der Zeit ich habe jetzt in diesem Moment nicht das Detailwissen darüber derjenige der die Frage gestellt hat möge gerne nochmal mit mir in Kontakt treten das Team API gehört zu meinem Wirkungsbereich die können diese Frage dann auch beantworten ich denke dass es dort verschiedene Ansätze schon gibt die ich im Moment aber noch nicht überblicke und gerne im Nachgang kommen Sie da bitte auf mich zu auch über die Website von Kofas selber ist meine E-Mail-Adresse verfügbar oder über die Präsentation Dann kommen wir darauf nochmal zurück Dann die nächste Frage Werden die Daten die aus Public Sources gezogen werden auch noch einmal überprüft oder werden die ungeprüft in die Berichte und in Systeme übernommen letztendlich wir haben mit unseren Information Service Providern ja letztendlich Service Level Agreements geschlossen das ist ein Teil unserer Aufgabe oder unseres Mehrwertes den wir mitbringen also wir sind neben der zur Verfügung stellen der Daten auch parallel immer beschäftigt damit den aus unserer Sicht besten Information Service Provider an Ort zu haben der ja wie es Thorsten vorhin in Form der Häuser dargestellt hat ja die Basis Daten uns zur Verfügung stellt und ich sage mal um die Basis sauber zu haben sind wir eben permanent mit den Information Service Providern zu Gange auch die Daten zu analysieren in welcher Qualität kommen die um letztendlich ein gewisses Grund Level an Qualität zur Verfügung zu haben und das auch permanent zu überwachen und wenn wir generell Abweichungen oder sich negative Entwicklungen ergeben sollten sind wir sofort mit unseren Information Providern wieder zu Gange um entweder Abhilfe zu schaffen oder uns ich sage mal im schlimmsten Falle nach neuen Partnern umzusehen also ja wir arbeiten permanent an der Qualität und geben auch Feedbacks zu den Providern wenn es zu Verwerfungen kommt ich könnte mir vorstellen dass die Frage auch deshalb kommt dass man mal Vergleiche hat die vielleicht zeitschlitz gebunden sind also dass es mal Verzögerungen gibt bei der Einmeldung dass man selber eine Information verfügbar hat was in den öffentlichen Register noch nicht eingetragen und durchgängig verfügbar ist sowas kommt vor wenn wir das aber gemeldet kriegen und selbst feststellen ist das ein Thema was man unsere Providern haben wir gerade wieder das Tonproblem das wir eben hatten warten mal kurz ab ob sich die Verbindung wieder weiter zurückspielen um Abhilfe zu schaffen beziehungsweise also das irgendwie funktioniert das gerade nicht so gut ich würde jetzt nee du warst jetzt wieder ziemlich unterbrochen ausgestiegen bist du ob es quasi einen zeitlichen Versatz gibt zwischen eben Daten von anderen Register Auszügen und in unseren sprich ob unsere Infos eben schneller bestimmte Daten liefern können und danach war es der Weg also wir sind letztendlich permanent dran im Falle von auffallenden entweder selbst entdeckten oder eingemeldeten Abweichungen mit unseren Providern die Thematik abzuklären es kann sich immer wieder mal um Überschneidungen der Zeit handeln aber grundsätzlich ist natürlich die Daten Qualität auch für uns es A und O wie ich eingangs bei der Präsentation gesagt habe wir treffen unsere eigenen Kreditentscheidungen auf Basis dieser zugrunde liegenden Standard Infos und erreichen diese an deshalb wir haben um das höchste Eigeninteresse so aktuell und so gut wie möglich informiert zu sein danke Alex dafür dann haben wir noch mal eine Frage das spiele ich vielleicht jetzt direkt mal an den Tim wo genau noch mal der Unterschied liegt zwischen der Ad Credit Opinion und der Advanced Opinion vielen Dank für die Frage die Ad Credit Opinion deckt einen maximalen Coverage Betrag von 100.000 Euro und die sogenannte Advanced Opinion ist die Extended Version sozusagen der Ad Credit Opinion die einen maximalen Kreditlimit oder eine Höchstkreditempfehlung von einer Million auf ein Unternehmen empfiehlt vielleicht an der Stelle Tim vielleicht noch eine Ergänzung an der Stelle wir werden über Icon Ende Juli die Advanced Opinion Plus launchen das heißt auch Beträge die über die eine Million Euro hinausgehen die individuell angefragt werden können dem einen oder anderen in der Runde könnte unser Produkt Customized Credit Opinion ein Begriff sein das über unsere bisherige Plattform die Möglichkeit gibt den unendlichen Betrag also den Bedarfsbetrag anzufragen das gleiche wird über Icon bis Ende Juli gelauncht werden Ergänzung dann die Frage ob das Tool Icon das Kofanet ersetzt Nein also es wird nicht ersetzen bei Kofanet bewegen wir uns ja schwerpunktmäßig in unserem Kreditversicherungsbereich das wird auch weiter so bleiben das ist spezialisiert für Petalfair rund um die Kreditversicherung der Kunde der ich sage mal spezielle Anforderungen im Information Bereich hat der wird irgendwann mit Icon mehr Möglichkeiten finden und wir haben aber grundsätzlich beide Versionen verfügbar der Versicherungskunde kann wenn er möchte weiter über Kofanet auch Teile des Informationsportfolios abrufen es gibt ich sage mal die vorhin genannten Monitoring weltweiten Monitoring Funktion für Reports zum Beispiel das ist eine Funktion die ausschließlich über Icon dann zur Verfügung steht wir würden dann eben eine Einbindung von Icon forcieren wenn heute ein Interessentkunde bei uns angedockt wird der sich primär mit Informationen versorgen möchte der wird primär auch auf der Icon Plattform angebunden aber die Plattformen laufen parallel dann dann haben wir eigentlich schon auch eine weitergehende Frage dazu noch ein bisschen spezieller beantwortet ich lese sie der vollständigkeit halber doch noch mal vor aktuell nutzen wir im Vertriebs in Dienst die Anwendung Cofanet Essentials zur Bonitäts Überprüfung wird diese Anwendung nun über Icon ersetzt die Antwort hast du eigentlich eben schon gegeben nein es läuft parallel genau also es ist nicht zwangsläufig ich sage mal es gibt manchmal Bedarfe die wir dann künftig besser mit Icon erfüllen können und das ist natürlich wir zwingen den Kunden nicht dazu irgendeine Applikation zu wechseln wenn es die Notwendigkeit nicht ergibt und würden bei einem Bedarf der sich ergibt dann letztendlich mit dem Kunden das gemeinsam besprechen was der beste Weg ist also die Aufforderung an unsere Kunden die uns jetzt hier zugeschaltet sind durchaus auch nochmal ins Gespräch zu gehen und dann kann man einfach gemeinsam prüfen was denn am praktischsten und sinnvoll ist also ich verstehe es ich finde tatsächlich die Icon Anwendung auch sehr attraktiv und sie wurde auch sehr schön vorgestellt also Interesse ist auf jeden Fall nachvollziehbar und wir sehen ja wer jetzt hier gefragt hat und kommen dann da stellen sind die angegebenen jahresabschlüsse auch ein und abrufbar einsehbar und abrufbar also die jahresabschlüsse ich gehe mal davon aus die frage gegen richtung der business reports letztendlich die jahresabschlüsse die veröffentlicht wurden und das ist ein ganz wichtiger punkt der Tim Fehling hat ja gesagt die wirtschaftsauskünfte werden gespeist von öffentlichen Ressourcen das heißt alle jahresabschlüsse die hinterlegt sind die sind in den wirtschaftsauskünften verfügbar und ich sage mal wenn es zu einer API anbindung kommt zum Beispiel kann der inhalt der jahresabschluss der jahresabschlüsse strukturiert auch übers interface übertragen werden ich hoffe das beantwortet die frage ansonsten sind sobald was veröffentlicht wurde die entsprechenden abschlüsse dann eben bildlich auf der pdf oder im online tool einsehbar dann nochmal eine frage zu dem mehrwert den wir bieten und zwar welchen mehrwert bietet kufas bei der transaktionsabwicklung zum beispiel prüfung von dokumenten in export geschäften damit damit die transaktion ordnungsgemäß durchgeführt werden kann und leistungsstörungen minimiert werden werden zurückliegende zahlungsstörungen bei geschäftspartnern geprüft das ist eine schwierige frage ehrlich gesagt habe ich sie noch nicht so ganz überrissen ob wir prüfen annette kannst du das nochmal wiederholen ob wir prüfen also es geht um die prüfung von dokumenten in export geschäften um eben die transaktion ordnungsgemäß durchführen zu können werden zurückliegende zahlungsstörungen bei geschäftspartnern geprüft also ich sage mal wenn es um prüfung von dokumenten geht eine rechtsberatung machen wir an der stelle nicht wenn es eine vertragsprüfung sein sollte oder welche ausfuhr einfuhr und wie auch immer dokumente notwendig sind also das ist eher eine Tätigkeit von einem Anwalt was wir wohl im Rahmen unserer Produkte machen ich hoffe das geht ein bisschen in die Richtung der Frage wenn man über unsere Produkte guckt der Herr Fehling hat vorhin gezeigt bei DRA als Beispiel werden auch historische Veränderungen des DRA angezeigt und wann verändert sich so ein DRA der verändert sich dann entweder wenn was sehr Positives im Vergleich zum Zeitraum vorliegt dann letztendlich wegen mir neuer Jahresabschluss mit wesentlich verbesserten Kennzahlen dann würde die DRA Bewertung nach oben gehen oder ich sag mal im schlimmsten Fall in die andere Richtung uns liegen Zahlungsstörungen vor uns liegen neue schlechtere wirtschaftliche Kennzahlen vor dann würde der DRA nach unten gehen und das haben Sie vorhin bei dem Beispiel von dem Fehlinger gesehen DRA da zeigen wir über die Plattform auch die Historie an also wenn das die Frage war wie historische Veränderungen angezeigt oder beurteilt das können Sie in dem Produkt DRA über ICON sehen vielleicht war mit Überprüfung auch gemeint logischerweise in unsere Bewertungen fließen ja unsere Nichtzahlungsmeldungen eben ein die sind da enthalten vielleicht war auch das gemeint Anette an der Stelle wenn wir nicht geschafft haben die Frage gut zu beantworten Sie haben ja unsere Kontaktdaten bitte an der Stelle und wir haben glaube ich auch die Frage gelockt wir können derzeit bilateral dann austauschen weil man hat hier in dem Tool auch nicht unendlich Platz da muss man sich kurz fassen von daher wenn es detaillierter irgendwelchen Klärungsbedarf gibt dann immer gerne im Nachgang auch nochmal auf uns zukommen nochmal eine weitere Frage was bedeutet On und Off Abfrage in Verbindung mit der Rating Service Abfrage und welche Auswirkungen hat dies auf die Anfrage On und Off Also das ist jetzt eine Vermutung aber Tim bist du Ich glaube das war jetzt auch meine Vermutung die du die du hattest in Richtung der Verfügbarkeit das heißt offline ist die die Neurecherche sozusagen eine Auskunft und online praktisch die Online Verfügbarkeit des Datensatzes oder der Auskunft in dem Moment zu einem Risiko Das ist auch meine Vermutung also letztendlich wir haben natürlich unsere Datenbank bestückt mit Adressen jeder kennt das die Problemstellung der Neu Ankömmliche im Wirtschaftsleben wenn eine Adresse nicht verfügbar wäre können sie jederzeit auch eine Recherche anstoßen die Auswirkung wäre eine neue Recherche die ausschließlich für sie durchgeführt wird die ist vom Preis anders zu bewerten hat einen höheren Preis Sie haben dafür die Business die klassischen Reports können sie auch Liefergeschwindigkeiten auswählen wie schnell die Recherche durchgeführt werden soll und das System zeigt ihnen an der Stelle an wie aktuell die letzten eingegangenen Daten sind wenn sie die was dann online verfügbar sind und wenn sie wenn sie für sich den Entschluss treffen ich möchte eine aktuellste Nachrecherche haben dann können sie auch das beauftragen und würde dann praktisch auch mit einem höheren Preis belegt werden ansonsten zeigt ihnen das System wie aktuell sind denn die Daten in der Auskunft und die können sie dann online letztendlich einsehen ich hoffe das beantwortet die Frage dann noch mal eine Frage zur Datentiefe ob die vorgestellte Datentiefe wirklich weltweit gilt also zum Beispiel auch für ein Risiko das ich in China abfragen möchte Ja gute Frage also wir haben ich sage mal in unserem Kerngeschäftsfeld der Kreditversicherung decken wir ja weltweit Risiken China ist natürlich auch ein Land was in Deckung ist das heißt wir haben an der Stelle den Eigenbedarf auch in diesen Ländern gut informiert zu sein und wenn Unternehmen eben in China liegt können sie das genauso über die Datenbank abfragen wie Unternehmen in Deutschland ich sage mal es ist kein Geheimnis dass in Ländern wie eben China die Informationsbeschaffung sehr viel schwieriger sein kann und ist und auch durchaus teurer ist das hindert uns aber trotzdem nicht die Informationen zu organisieren weil auch wir benötigen sie selber und es ist absolut legitim dass sie das dann genauso benötigen abfragen und das gilt für alle Produkte an der Stelle vielleicht die Anmerkung soll den Unternehmen nicht verfügbar sein denn neue Recherche in solchen Ländern kann erfahrungsgemäß fünf bis zehn Arbeitstage in Anspruch nehmen aber es bedeutet nicht da ist irgendein Off oder ein Aus im Prozess also sie können dann den Auftrag abgeben wir recherchieren und melden ihnen dann zurück und gilt für alle Produkte ob das die öffentlichen Reports sind oder dann natürlich wie von Thorsten Droch und dem Fenian gesagt unsere Flaggschiff Produkte den DRA Score beziehungsweise auch unsere Opinions die ja ähnlich wie eine Deckungszusage in der Versicherung hier ohne Deckungszusage aber mit dem gleichen Informationsgehalt aufwand also weltweit Danke anschließend dazu passt die nächste Frage sehr gut nochmal was wir jetzt eben dargestellt haben dass unsere Informationen einen Mehrwert bieten weil sie eben unsere eigenen exklusiven Daten auch enthalten werden in den Auskünften neben öffentlichen Informationen auch pro fast exklusive Daten also konkret angefragt sind Unternehmensbefragungen vollumfängliche Bilanzen nicht die E-Bands und so weiter verarbeitet ja eine sehr gute Frage also wir haben man muss wirklich dann die zwei Welten unterscheiden wir haben einmal die Auskunft High-Welt also die Reports die Snapshot Reports die Full-Reports Einzige gerade wo es spannend wird Alex bitte nochmal also Full-Reports und dann warst du wieder weg okay alles klar ich glaube jetzt soll er zeigt es an es müsste wieder gehen die Welt der Reports ist wirklich das öffentlich zugängliche Informationsnetzwerk einzige Anreicherung von uns sind die Kofas Adjustments das sind letztendlich anhand von Schadendaten verändern wir den Score der Auskunft eben um die Relevanz des gemeldeten Schadens den wir in den Büchern haben ansonsten ist es praktisch strukturieren und weiterleiten der Daten die wir über Provider und öffentliche Quellen kriegen in unseren kreditversicherungsnahen Produkten DRA und Opinions egal welches der Opinions da profitieren sie vollumfänglich von allen Daten die wir als Versicherer als Faktorer als Inkasso Gesellschaft zur Verfügung haben und das können genau solche Sachen sein wie Bilanzgespräche durch unsere Analysten der EICs die ja close to the risk angesiedelt sind machen in normalen Zeiten Besuche bei Risiken bei Unternehmen und die Analysen fließen mit rein wir können natürlich die hochsensiblen Detailinhalte nicht rausgeben aber sie sind ein ganz ganz integrierter Teil unserer Scoring Modelle also da profitieren sie davon deshalb ja danke Alex wir nähern uns jetzt den Ende unserer Stunde wir haben noch ein Thema das ich kurz anschneiden möchte eine Frage kann ich selbst beantworten was sie jetzt automatisch bekommen ohne dass sie irgendetwas tun müssen sind die normalen Folien nicht die Beispiel Reports die der Herr Fehlinger gezeigt hat da kommen wir gerne noch mal individuell auf sie zu sprich der Herr Fehlinger kann gerne Kontakt zu Ihnen aufnehmen und Ihnen ein Beispiel noch mal senden und das auch noch mal besprechen wenn Sie noch mal konkret Fragen haben und kurz anreißen würde ich jetzt zum Abschluss gerne noch mal das Thema Preis da sind ein paar Fragen gekommen die auch in die Richtung gehen gibt es eben Pakete muss man alles individuell bezahlen wenn ihr da vielleicht noch mal abschließend ein paar Worte dazu sagen könnte also ich bitte um Verständnis dass man jetzt Einzelpreise zu nennen ist sicherlich schwierig aber vom Preismodell her es ist so wir haben im kleineren Bedarfsbereich in unserem Rahmenvertrag drei Pakete sogenannte Subscription Pakete wo man sich letztendlich ich sage immer gerne wie bei einer Prepaid Karte im Kommunikationsbereich ein Volumen einkauft und gegen das Volumen wird dann die effektive Nutzung aufgerechnet wenn das Paket verbraucht ist können sie entweder ein Paket erhöhen oder letztendlich wird effektiv abgerechnet die Bepreisung richtet sich tatsächlich nach Länderkategorien also wir haben die Länder der Welt in Preiszonen eingeteilt was letztendlich mit den Beschaffungskosten und Produktionskosten zusammenhängt je nachdem in welcher Ländergruppe sich das angefragte Unternehmen befindet staffelt sich dann der Preis nach oben hoch und sie haben aber wirklich die Möglichkeit weltweit anzufragen und im größeren Bereich also ich sage mal wenn sie mehrere tausende von Kurzauskünften zum Beispiel zur Vertriebssteuerung benötigen oder sie wollen Supplierportfolien überwachen dann bietet es sich immer an dass wir mal gemeinsam sprechen weil auch da ist es natürlich ein Mengengerüst was dahinter liegt dann müssen wir gucken was brauchen sie denn überhaupt wie binden wir das an wie sind die Lieferwege all das beeinflusst dann natürlich die Kalkulation und dann können wir da auch ein ganz individuelles Angebot dazu bauen letztendlich die Faktoren sind aber auch hier die gleichen Menge letztendlich Länderkategorie Anbindung Lieferwege das sind so die Einflussfaktoren die wir da haben aber um eine Hausnummer der Pakete zu nennen also wir legen da los bei Paketen von 500 Euro 1500 Euro 2500 Euro dagegen wird letztendlich die Nutzung berechnet und an der Stelle wir sind ja auch im Markt gut unterwegs wir haben immer eine ordentliche Lösung gefunden das auch sehr wettbewerbsfähig zu sein vor allem auch im internationalen Kontext wo die Kofas eben letztendlich auch einen wahnsinnigen Mehrwert durch unsere Organisation liefert Danke auch für das Anreißen des Themas und wie gesagt all diese wirklich spezielleren oder individuelleren Fragen das machen wir gerne im Nachgang keine Frage geht verloren wir haben sehr viele geschafft zu beantworten und alles weitere folgt dann und damit würde ich nämlich jetzt auch die Session gerne beenden nochmal einen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vor allem natürlich an unsere Experten wir hoffen wir haben ein bisschen Klarheit ins Informationstickicht gebracht und wir freuen uns wenn Sie auch beim nächsten Mal wenn es wieder eine Kofas Live Session geben wird dabei sind da kann ich Ihnen schon den Termin melden das wird der 13. Juli sein da haben wir dann unsere Volksbürstin die Christiane von Berg wieder da die einmal den Überblick geben wird über die Risikolage weltweit im Kofas stehen da natürlich dann die Länderrisiken und die Branchenrisiken und außerdem haben wir unseren Risikoschef Jochen Böhm dabei der zum Ende des auslaufenden Schutzschirms nochmal ein paar Ihrer Fragen beantwortet also gerne vormerken 13. Juli Einladung und Promotion folgt über die bekannten Kanäle und damit wünschen wir Ihnen einen schönen weiteren Tag für heute danke herzlichen Dank vielen Dank Dankeschön tschüss tschüss tschüss